Guten Tag, womit kann ich Ihnen helfen? Guten Tag, ich möchte Doppelstümer lüten. Gut, wie heißen Sie? Ich heiße Anna und das ist meine Schwester, du lieb. Gut, bitte, das ist der Schlüssel. Sie müssen geradeaus gehen und nach rechts abgehen. Dann, danke, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Guten Tag, ich habe eine Reservierung auf den Namen Maria Schmid. Ich bin krank und komme nicht in diesen Termin. Gut, ich wünsche Ihnen gute Besuren. Danke, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.